Jo, es geht ab, Leute, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute mal wieder eine neue Fußball-Challenge, ganz speziell, Leute, ohne Witz. Sandro ist auch dabei. Ja, es geht. Und ja, Leute, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Die Challenges werden richtig nice und die Bestrafung auch richtig hart. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Schreibt weitere Challenges in die Kommentare und lasst eine Bewertung da, wenn ihr weiter davon was haben wollt. Ich würde sagen, let's go. Okay, Leute, die erste Challenge wird sein, wir müssen zwischen die beiden Tore trennen von 16 Meter circa. Werden sie treffen, ja Sandro, crime. Ich werde den Ball jetzt ordentlich versenken, ja? Das werde ich... Oh, shit, Alter. Gerade habe ich beim ersten Mal getroffen, ich weiß, ich werde nicht treffen. Oh, Mann. Ich hasse es. Das fand ich an. Was? Er trifft schon. Ist das dein scheiß Ernst, Digga? Du Affe, ey. Digga, wie kannst du das treffen, Mann? Ist das dein scheiß Ernst? Junge, beim ersten Versuch. Der Druck ist bei Flo jetzt. Er muss treffen. Ein Versuch, Digga. Nein! Ja, Digga! Yes! Oh, no! Digga. Endlich mal, Digga. Okay. Flo, sind sie jetzt... Wie wird der weite Verlauf des Spiels verlaufen? Könnt ihr eine kurze Prognose geben? Ich werde beide safe gewinnen. Er wird beide gewinnen. Ja, ich falle ran. Hier, Leute, zweite Challenge. Wir müssen von ganz weit hinten, ohne Witz, von ganz weit hinten... Von da, von da hinten. Da oben. Da oben, direkt auf den Baum. Auf jeden Fall jetzt einfach in das kleine Tortreffen von mega weit hinten. Also es wird auf jeden Fall eine tricky Challenge. Er will anfangen. Er hat sich... Digga, das ist schon out of map. Das Tor. Out of map, Digga. Das spawnt schon nicht mehr, Digga. Auf jeden Fall. Erster Schuss. Werden wir safe reinmachen. Ich muss die Challenge jetzt gewinnen, weil ich jetzt verliere. Ich habe die erste Challenge gegen dich verloren. Ja, Mann. Der Druck ist groß. Der Druck ist groß. Epische Musik. Check. Fuck. Wer ist der Kick, Junge? Ja, Mann. Wer ist der Kick, Junge? Das gibt's nicht. Alter, das war perfekt, Mann. Juchu. Das... Nein. Oh, mein Gott. Nein, das kann nicht sein. Was? Nein, Digga. Der trifft auch. Alter, der war krass. Der war krass, Mann. Oh, mein Gott, Digga. Ich habe getroffen. Ich kann es nicht glauben, Mann. Digga, das ist gerade Zeit. Ja! Was ist hier los? Was ist hier los? Hä? Ich dachte, ohne Scheiß, ich war mir so safe, dass du jetzt nicht treffen wirst, ne? Oh, fuck, Mann. Oh, shit, Leute. Oh, fuck, Mann. Das ist die heftigste Challenge auf dem Kanal. Lasst doch jemand dafür ein Like da, Leute. Ohne Witz. Dafür muss ich den Like. Boah, das wird richtig krank, Leute. Ohne Witz. Wird er treffen. Ich weiß nicht, wie ich das nochmal schaffen soll. Sandro, Chance, wer spielt, das Spiel schon zu gewinnen. Wie geht das, Mann? Was bist du für ein Hulk Hogan, Alter? Leute, egal. Scheiß drauf. Dritte Challenge geht um mich, Mann. Ja, ist cool, Digga. Alter, wie kannst du zweimal treffen? Oh nein, jetzt kannst du elf Meter schießen, Digga. Okay, Leute, letzte Challenge. Jetzt werden die ersten drei Schüsse trifft. Wer drei Punkte hat, gewinnt halt. Wir machen diesmal auf ein kleines Tor. Nein, der ist so perfekt wieder. Wie vorhin, Alter. Komm, Digga. Ja, Digga, ja, ja. Der war so schlecht geschossen. Mann, yes, hier. Komm. Ja, neuer, Junge, neuer, Junge. Wie konntest du das vorahnen, Digga? Ich hab einfach ne Ecke genommen. Yes, Jungs. Ja, Mann. Nein, Digga, nein. Oh, die umher. Ja, Mann, in den Winkel. Nein, danke, Digga. Ja, Mann, ich hab keinen Bock mehr, Junge. Ey, du hast einen Ball. Alter, fuck, Junge. Komm, komm. Boom, Junge. Was ist hier los, Alter? Drei, drei, Junge. Oh ja Mann! Yes! Komm, einer! Komm! Ich hab kein Bomben, ey, Jungs. Es ist immer das Gleiche. Ey, ich kann noch mehr. Das kann ich nicht. Das darf ich nicht. Das hätte ich niemals bekommen. Nein, Jungs, das darf ich nicht. Das zweite Mal Pusten, Alter. Das darf nicht wahr sein, Digga. Nein. Ja, Jungs, wieder die richtige Ecke, Alter. Komm! Oh, noch eine Chance, Mann. Ja, Jungs, Digga, die Challenge gewonnen, Mann. Yes, Alter. Es ist immer das Gleiche. Digga, Sandro, Mann. Was sagst du zu dieser komischen Niederlage, Digga? Irgendwann, Digga, irgendwann. Irgendwann wird es passieren. Ich glaube nicht. Meinst du? Jo, Leute, ihr seht schon andere Location, Sandro ist auch nicht mehr am Start. Ach, die Bestrafung haben wir aus irgendeinem Grund, keine Ahnung warum, nicht mehr aufgenommen. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat und irgendwie unterhalten hat. Ich meine, keine andere Challenge war so spannend und so knapp wie diese hier. Ohne Scheiß. Das heißt, ich verlinke euch mal alle anderen Challenges, die ich mit Sandro gemacht habe in der Beschreibung. Es war keine so knapp wie diese hier. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und schreibt mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ich lese mir wieder alles durch, ich antworte wieder auf alles deswegen. Und falls ihr noch irgendwas verbessern könnt, schreibt das auch natürlich rein, würde mich freuen. Und dann würde ich nur noch sagen, schaltet morgen direkt beim nächsten Video ein. Morgen kommt direkt ein neues Video, auch richtig nice. Und dann würde ich nur noch sagen, bis morgen, haut rein, lasst eine Bewertung da, schaut bei Snapchat und Instagram vorbei. Und ciao.